Ah, der angezeigte internationale Raubezüge Hunde, nicht nur durch die Zuchten im Maia-Balle-Ebbs, Burgenland, Nickelsdorf, Ungarn. Halt die Klappe! Ogni, der hat die Braterhure Inge Löffler gemacht, weil als Original-Nestlinger Inge Löffler Seuchenfette kaum Geld am Strich zu machen ist. Und auch die Musshuren sich nicht kontrollieren lassen. Als Halbseuchenfetter Inge Löffler Ogni, Laiker, Robert Irschi, Banzenberger, kam er als die Edelnutte-Lady, immer mit Polizeihunden. Der ist jetzt hier im Privaten, in der Hofmocke, in der Hofmockelgasse. Halt die Klappe! So sagt er auch als, ich enteigne die Volkshilfe über Querschte-Barbiere-Logistik, ich komme Deutschland-Österreich, ich mache euch das Wäschelager. Otto-Neurad-Kasse 1. Die Hunde verkauft er für sich und für andere fürs Ficke, das sind mitunter etwas größere Hunde, die entsprechen unserer Hündin oder dem Hund eines Familienangehörigen. Fecke, das Zuhaltergeschäft mit den Hunden, er sagt, Halt die Klappe ist ein Kot für Hunde, dass sie kuschen müssen, weil sonst werden sie wieder gedroschen. Halt die Klappe, das Zuhaltergeschäft mit Hunde, Katze und Vogel, das macht er mit dem Siedlack. Angezeigter Kollege Sozialbereiche, Haftinsassen, Entlassene, Obdachlose und Ehrenämter. In verschiedensten Bereichen. Amen. Amen. Amen.